Hallo, liebe Damen und Herren. Heute möchte ich mich Ihnen vorstellen. Mein Name ist Julia und ich wohne in der Nähe von Nürnberg. Ich habe gestern eine interessante Nachricht erhalten, dass Sie auf der Suche nach einer Werbefachkraft sind. Nun, ich habe schon in der Schule gerne in der Redaktion der Schülerzeitung gearbeitet und habe auch das Layout dort erstellt. Ich kenne mich also schon ein wenig aus. Im Office-Bereich arbeite ich gerne mit Microsoft Word und PowerPoint. Auch habe ich eine eigene Homepage erstellt und helfe meinem Vater bei seinem Internetauftritt. Im Bereich der Bildbearbeitung kenne ich Gimp und Photoshop, aber auch noch andere kleinere Tools. Für das Bearbeiten eigener Videos nehme ich Premiere und HitFilm Express, arbeite aber auch gerne mit meinem neuen Apple-Rechner. Wie Sie sehen, habe ich schon einige Erfahrungen hinter mir und möchte diese in einem professionellen Team vertiefen. Für mich ist es kein Problem, auch zur Arbeitsstätte umzuziehen. Einen Führerschein habe ich noch nicht, aber ich werde diesen noch machen. Ich gehe momentan noch zur Schule, aber bin ab Sommer verfügbar. Ansonsten höre ich gerne Musik und kann auch selbst ein wenig Klavier spielen. Und wenn ich mich etwas abreagieren will, fahre ich gerne Rad. Vielleicht habe ich Interesse geweckt? Wenn ja, schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an julia240 at yahoo.de oder rufen Sie mich an. Die Telefonnummer ist in der Videobeschreibung. Es würde mich freuen, wenn wir gemeinsam mit dem Team arbeiten können. Vielen Dank und bis bald. Machen Sie Ihre Bewerbung zu einem besonderen Event mit einem Video. Egal, ob Sie sich für einen wissenschaftlichen Beruf interessieren oder gerne in der IT arbeiten wollen oder in der Medizin und Pflege oder auch handfest in der Gastronomie oder etwas weniger handfest im Management oder vielleicht gerne anderen etwas beibringen wollen. Mit einem Video können Sie schon einen ersten Eindruck schinden und gelassener in Bewerbungsgespräche gehen. Wir haben ein Atelier mit Greenscreen, Licht, Make-up und Teleprompter eingerichtet. Wir haben auch Erfahrung im Bereich Präsentation und freier Rede, die wir gerne als Bonus mitgeben. Ist es teuer? Nein. 50 Euro pauschal für eine Stunde Filmarbeit. Meist ist das Ergebnisvideo nicht länger als 5 Minuten. Aber das ist die Zeit, in der Sie sich perfekt darstellen können. Neben den Zeugnissen, den Anschreiben und eventuellen Mustern können Sie sich gut in Szene setzen. Na, vielleicht klappt es dann auch mit dem Superjob. Rufen Sie an unter 0177. 294 6036 oder per Mail info at frankentech.de Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie!